hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von prüssen architekt weiter geht es in unserem todestrakt machen wir auf pause damit nicht so durch hat erhöhung ob das leisten können das trakt sollte er jetzt auch manchmal ist es so gut sachen vertuschen auf jeden fall in richtung für unschuldige das befürworten wir auch ja ist ja geld für uns das ist hier wir müssen die geht dann direkt hier rein hier 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 die krankenstation hier 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 Personalraum, Postraum und die Zellen. Das ist wohl heute einer gestorben, das ist natürlich nicht so positiv, denn das macht unseren Wert, ja, wir sind ungefähr bei 80.000, die Zahl steigt dann wieder, ja, ihr seid eingesperrt. Ja, das stimmt, auch noch mal. Was an der Tür ist? Was an der Tür ist? Was an der Tür? Ei, ist nicht so. Noch mal ne Wand. Tür kommt weg. Weg, äh. Cool, die reißen wir komplett ab die Tür. Steht nur ne Gefahr da. Da wollen wir ne Wand hin. Das kommt weg. Das. Sagen wir noch mal was, was ist. Was. Ja. Warum darf auch nur, äh, eine Arbeiten? Stelle. Schön. Ich brauche keinen Raum rein. Verletzten, weil es brechen sich ein Ast ab und stechen sich gegenseitig ab. Alle in der Rezeption. Ah, ok. Schnell ein Tusch. Cool. Geht noch. Alles Strom. Was ist das? Den machen wir zum Schluss. Kantine. Hier ein Tisch. Hier ein Tisch. Gerade auf einer. Gibt es nicht? Bueno. Oops. Abspül. wasser brauchen wir auch noch auch schon mal gut aus den auch an die land weiß wer zuschauen möchte wir haben ja wir gehen dick ins minus wir bezahlen unseren mitarbeitern weniger gehalt 2.500 für jeden verurteilt wird nahrung kommt die ganz dringend nötig essen hier da gibt es hier machen wir Tür rein. Ja. War es auch wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020